Das ist Paul. Paul ist Mechatroniker. Er baut gerade eine neue Maschine für Kundin Karin. Paul arbeitet bei Firma Schmidt, einer Maschinenbaufirma. Firma Schmidt hat mehrere Standorte. Und das ist Klaus. Klaus ist Pauls Chef. Klaus sieht Paul selten und weiß oft gar nicht, was Paul so macht und was ihn so bewegt. Das ist das schwarze Brett an Pauls Standort. Sieht zwar wichtig aus, bringt aber nicht viel im digitalen Zeitalter. Da Paul keine Firmenmailadresse hat und er seine private Handynummer nicht verwenden möchte, aufgrund des fehlenden Datenschutzes, ist die Kommunikation unter seinen Kollegen und Vorgesetzten oft sehr schwierig. Klaus merkt immer wieder, dass Mitarbeiter ungleich informiert sind und so viele Missverständnisse entstehen. Das möchte er jetzt ändern. Nach etwas Recherche findet Klaus die Idee einer Mitarbeiter-App sehr gut. Die gibt es bei Comolino sogar mit eigenem Namen und im Style des Unternehmens. Mit der App kann Paul ganz einfach alle seine Kollegen an ihren zugewiesenen Standorten erreichen. Und Klaus kann durch die vielschichtigen Berechtigungseinstellungen festlegen, wer selbst Beiträge und Umfragen verfassen darf. Als App für Smartphone oder alternativ mit einem Zugang über eine Website sind nun alle Mitarbeiter miteinander vernetzt. Jetzt gibt es weniger Missverständnisse und Paul spart sich viel Zeit. Das alles kann Comolino. Wir erstellen Ihnen eine eigene Mitarbeiter-App im eigenen Stil, ohne dass dies ein Vermögen kostet. Wollen auch Sie die Kommunikation in Ihrer Firma verbessern? Dann besuchen Sie uns auf www.comolino.de oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin. Das ist übrigens Karin. Sie hat gerade ihre neue Maschine in Betrieb genommen. Dank eines Posts von Klaus, in dem er die Zufriedenheit von Karin geteilt hat, weiß nun auch Paul, dass Karin super zufrieden mit dem von ihm erstellten Produkt ist. Das macht Paul auch ein bisschen glücklich.